Zwei Jahre nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima, das Unglück jährt sich ja am kommenden Montag, scheint die Welt irgendwie wieder in Ordnung zu sein. Zumindest bei uns ist es ruhig geworden um die Sache. Man hört nichts mehr viel in den Medien, wie wenn nichts gewesen wäre. Die japanische Regierung überlegt sogar die Rückkehr zur Atompolitik. Die Menschen sollen sich keine Sorgen machen vor der Strahlung. Die Situation wird verharmlost, wie viele internationale Medienberichte zeigen. Die Strahlung in weiten Gebieten ist extrem hoch. Kinder leiden unter Gewächsen und Tumoren an der Schilddrüse und das sind nur ein paar der grausigen Details. Und das können die Betroffenen ganz und gar nicht verstehen. Auch nicht die in Japan geborenen Salzburger. Eine davon engagiert sich im Kampf gegen die Atommacht, die Salzburger Künstlerin Junko Flatscher. Und sie ist jetzt bei mir. Schönen Nachmittag, Junko. Ja, schönen Nachmittag, Conny. Danke für die Einladung. Bitte, gerne. Und ich bin sehr froh, dass ich diese Gelegenheit habe, aussagen zu dürfen. Und vor einem Jahr, es war noch ein großer Eindruck von dem Tsunami und mit großen Erdbeben, Opfern, die so mit einem Schub in das Meer geschwommen sind. Und aber dann, nach zwei Jahren, komme ich darauf, dass langsam könnte die Opfer noch mehr werden. Wegen der Atomkraftwerke, sagen wir Ausfluss, nicht? Von unten ins Meer und oben ins Luft. Weil es ist gar nicht gedeckt. Und die Regierung scheinbar tut auch sehr langsam. Und zusätzlich, die Arbeit wird auch dort sehr billig angefertigt mit dem billigen Gehalt. Das tut mir sehr weh, so etwas. Und manche Wissenschaftler sagen, der ganze Fukushima gehört evakuiert. Zumindest, dass sie sagen müssen. Aber keiner weiß so. Und anstattdessen werden sie überredet, dass es schon ziemlich weg ist. Es war viel leichter der Fall als Tschernobyl und so weiter. Aber es geht nicht so weiter. Um darauf aufmerksam zu machen, organisieren Sie eine Veranstaltung in Salzburg. Einen Gedenkgottesdienst für Fukushima am kommenden Sonntag um 19 Uhr in der Franziskanerkirche. Warum glauben Sie, dass es wichtig ist, hier die Menschen zu informieren? Ja, das ist deshalb. Weil die Atomkraftwerke, diese Probleme ist die ganze Welt. Und Japan ist der allerwichtigste, der schlimmste Fall mit dieser Sache. Und Japan muss zuerst korrigieren, sonst kommt der nächste Nachwebe und dann ist es aus. Dann kommt gerne zu uns auch noch, wenn es irgendeine funktionierenden Atomkraftwerke am Betrieb und Riss kriegen wieder. Also Riss kriegt man so auch noch. Zusätzlich mit Erdweben dann komplett. Es kann eine Explosion geben zusätzlich. Aber man denkt nicht gerne an die schlimmsten Sachen. und lacht drüber für manche Dinge passt. Aber nicht in dem Fall. Weil es ist lebensgefährlich. Sie möchten die Menschen aufrütteln, auch hier bei uns in Salzburg. Sie treten selber auf in der Kirche am Sonntag? Ja, das ist ein religiöses Lied. Ave Maria und Pia Jesu. Und letztes japanisches sogenannte Nationallied, das nicht offiziell so ist. Aber Kirschblüte. Sie hoffen, dass viele Menschen kommen und Sie sammeln auch Spenden. Wer bekommt dieses Geld? Ja, in der Kirche ist es nicht wegen der Spenden gedacht, sondern Gebet. Und statt, dass ich gut beten kann, sondern ich möchte singen. Und ja, hoffe, dass es erhört wird. Und wie sich das anhört, wenn Junko Flatscher singt, das hören wir uns jetzt an. Und ich sage danke für den Besuch. Der Gedenkgottesdienst ist am kommenden Sonntag um 19 Uhr in der Franziskanerkirche. Und ich sage das, wenn Junko Flatscher singt, das ist erhört wird. Und ich sage das, wenn Junko Flatscher singt, das ist erhört wird.